Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Tutorial-Reihe zu PyTorch. Wir haben dieses Mal eine Bilderkennung von Katzen und Hunden. Und ja, ich habe euch letztes Mal gezeigt, wie wir das Ganze jetzt modelliert haben, als Daten sozusagen. Und ich habe euch allerdings den Output noch gar nicht gezeigt, deswegen dachte ich mir, Mensch, warum nicht einfach mal kurz zeigen, was dabei rauskommt. Wir haben hier jetzt einen Floor, also wir haben hier im Endeffekt eine Liste aus Badges. Das bedeutet, wir haben hier 64 kreuz 3, kreuz 256, 256. Die drei hier gehören alle zu einem Bild und wir haben offensichtlich 64 Bilder hier. Und ja, das Ganze ist logischerweise ein Batch. Während wir hier unten eine Liste aus Listen haben, nämlich auch mit 64 Inhalten, alle allerdings aktuell Katzen, weil wir es noch nicht randomisiert haben, und die Katzen zuerst eingelagert werden. Und das Ganze hier als Liste aus Tupeln, aus einem Zweier-Tupel, nämlich mit eben der Batch-Trainingsdatum und der Batch-Target-List. Die Target-List müssen wir übrigens noch irgendwann mal umwandeln in einen Tensor, aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Das würde ich jetzt hier gerade noch nicht machen. Einfach nur, weil wir jetzt langsam mal genug Daten modelliert haben und mir das auch langsam aus dem Hals raushängt. Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir wollen jetzt unsere Daten hier randomisieren. So, wie machen wir das Ganze? Naja, wir haben hier VF in Listdir. Das Ganze liefert mir eine Liste mit allen Dateinamen zurück. Also kann ich doch einfach diese Liste hier nehmen, um das Ganze wirklich zu randomisieren. Das heißt, ich mache jetzt hier ein I in der Länge, in der Range von der Länge von diesen beiden. Okay, was passiert jetzt? Jetzt habe ich eine Zahl, einen Index sozusagen, der hier einfach irgendeine, der erstmal mir eine Zahl ausgibt. Also sozusagen hier für jede Datei, die ich hier drin habe, mache ich das. Okay, das heißt, ich mache das Ganze insgesamt 25.000 Mal, völlig egal, welche Datei ich mir jedes Mal suche. Und jetzt mache ich folgendes. Ich nehme hier immer ein zufälliges Bild aus dieser Liste. Das heißt, ich brauche natürlich erstmal eine Liste aus diesem Pfad hier. Also Files ist gleich Liste von eben genau diesem Pfad hier. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Liste mit allen verfügbaren Dateien. Okay, so und jetzt wähle ich hier drin immer ein zufälliges Etwas. Und das heißt, wir wählen sozusagen mit Random oder sowas. So, das bedeutet, ich kann mich jetzt einen zufälligen Index ziehen, also Random, ups, achso ja, wir sollten vielleicht noch vorher Random importieren. Fällt mir gerade so auf, das haben wir noch gar nicht gemacht. Import Random ist der Zufall in Python, der allerdings kryptografisch absolut unsicher ist. Also hier nur kurz, für alle, die irgendwas mit Kryptografie machen, den nicht benutzen, bitte. Gut, dann sagen wir jetzt hier, R ist gleich Random.randint. Und wir wollen eine zufällige Zahl zwischen 0, weil jede Liste ist maximal 0 lang. Also, wenn sie größer als 0 ist, dann sind wir hier durch. Und wir wollen natürlich hier das Maximum, was wir bekommen können, ist die Länge an Files. Weil wir hier einfach ein zufälliges Etwas rausziehen. So. Ah, wobei, halt, stopp, wir sind ja hier in Python. Das geht eigentlich viel, viel einfacher. Das heißt, wir sagen hier, F ist gleich, klar, sorry, habe ich vergessen, ähm, Random.choice, das liefert euch ein zufälliges Element aus der Liste, ähm, aus unserer Files-Liste. So, jetzt könnte es aber natürlich immer wieder passieren, dass wir hier dasselbe Element die ganze Zeit bekommen. Deswegen müssen wir hier jetzt ganz dringend natürlich noch aus unserer Files-Liste das Element löschen. Das machen wir mit Files.remove. Und hier kommt dann eben unser F rein, damit das auch wirklich hier rausfliegt. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt die ganze Zeit ein neues, zufälliges Element aus unserer Liste, die uns alle Dateiennamen enthält und laden diese hier rein. Und jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was an unseren Trainingsdaten drinsteht. Zumindest im ersten Batch. Sollte jetzt zumindest mal hier gemixt sein. Hier ist es jetzt aktuell immer noch 1-0, 1-0. Das ist das vorige Ausführen gewesen. Also alles Katzen gewesen, kein einziger Hund dabei. Wir führen es jetzt mal aus. Und das dauert natürlich ein bisschen. Jetzt sehen wir hier Hund, Hund, Katze, Katze, Hund, Katze, Hund, äh, Katze, 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 Hund, äh, Hund, Hund und so weiter und so fort. Also es ist jetzt wirklich durcheinander. Das heißt, wir haben sozusagen erreicht, was wir wollten. Warum muss man für PyTorch oder generell Machine Learning oder neuronale Netze alles randomisieren? Naja, ganz einfach, sonst würde es auswendig lernen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Sonst lernt euer Netz irgendwann auswendig, dass ihr die ganze Zeit die Katzen reingebt und dann irgendwann fängt es an, ah, sobald der erste Hund kommt, ab da muss ich nur noch Hunde zeigen oder ab da muss ich nur noch Hund sagen. Das heißt, es lernt die Reihenfolge auswendig. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir hier alles zufällig machen. Und ja, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir die Labels, jetzt haben wir die Tensoren hier und jetzt können wir anfangen tatsächlich mit unseren Daten. So, das war das Vorbereiten von unseren Trainingsdaten. Jetzt geht es ans neuronale Netz. Wie gesagt, das ist auch immer ein sehr, sehr großer Schritt hier oder ein sehr aufwendiger Schritt, weil man das eben, ja, weil man halt irgendwie die Daten ins Netz reinpacken muss. Aber das Netz versteht halt nicht unbedingt Bild, sondern es versteht halt irgendwelche Floats oder sowas. Und ja, gut. Das war es von meiner Seite erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.